Oh nein! Jossi! Oh, Jonas, kannst du eigentlich spielen? Jonas? Jonas? Jonas! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hoffe, dass wir alle zusammen. Oder Jumper ist irgendwie nicht so, glaube ich. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem OK Gaming Kanal. Heute spielen hier fünf weitere Kandidaten gegen mich, da ich die 50.000 Trophäen erreicht habe. Die fünf teamen jeweils gegen mich und ich darf den Brawler von den anderen fünf bestimmen und darf mir selbst einen auswählen. Und dann viel Spaß. Ich will für dunkle Passage. Gut, dann nehmt ihr Jackie. Hast du Jackie, Jonas? Ja, also wenn ich Jackie nicht hatte, weiß ich auch nicht, was man haben. Ich geh Eve. Nein! Oh, Junge. Okay. Es lädt nicht, es lädt nicht. Bei mir auch nicht jetzt. Immer noch nicht drin. Hä, ich bin nicht drin, ich komm nicht ins Spiel rein. Hallo? Ich hab schon mal ausgehen und schau, nimmt mich schon wieder Hopps hier. Hey! Ah, okay, sorry. Hey! Hallo, ey! Okay, okay. Wir müssen uns als Team arbeiten, schlonsti, ne? Achso! Ich wollte gerade Jonas töten. Muss ich auch mal meine Ult aufladen, Kinder. Geht nicht zu nah an Schauen. Oh, Hotspot. Jonas, du stehst im Dings gleich. Komm da raus aus dem... Ah, ich kann nichts machen. Lad mal deine Ult auf. Was stehst du im Stuhl? Nein! Komm da raus! Ich versuch's! Oh mein Gott. 4.000, 3.000, 2.000. Du bist tot. Was ist mit Jonas? Jonas, Junge. Ich bin zurück. Ey, wir haben schon mal einen verloren. Wir müssen doch als Team arbeiten. Geh doch weg, geh doch weg. Lass auf die Endzone gehen. Lass alle in die Ecke. Oh nein. Wir müssen seine Gadgets verschwinden. Ja, die Giftfolgen können halt ein bisschen schwer werden jetzt. Oh! Oh! Ja! Jo, was? Nein! Ja! Sehr schön! Oh mein Gott! Sehr schön. Alter! Perfekt. Erste Runde geht an uns. Flugfantasien. Ja. Ihr geht alle cold. Und ich gehe Leon. Okay, zweite Runde. Alle sind cold. Und was bist du nochmal Sean? Achso, du bist Leon. Stimmt. Also eigentlich müssen wir dann so ein Cube-Vorteil haben. Jetzt müssen wir das schaffen. Wir kriegen jetzt schon 30 Cubes zusammen oder so. Oh, da ist Sean. Ich mach's weg. Er hat halt schon einen Cube. Es wäre eigentlich schon geil, wenn wir wieder Power-Attacken uns gegenseitig aufladen. Oh, pass auf. Ja, das wäre echt eine gute Idee. Schlaunzi, bitte. Oh nein! Oh nein! Justin! Du hast doch gesagt, du sagst doch, es ist riskant. Und dann denkst du dir, jo, mit sechs Cubes, da geht wahrscheinlich eine volle Ladung in dein Gesicht. Ich hab gesagt, pass auf, riskant verzimper. Digga. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Egal, wir haben uns selber geschwächt. Also nochmal als Info, ne? Das Format ist es nicht, dass ihr mich jede Runde killen sollt. Ich weiß nicht, also irgendwie... Jede Runde, in der ersten Runde bist du einfach durch WLAN gestorben. Nein. Selber Schuld. Lass aus, als du tritt, wir müssen uns immer noch schaffen gegen Sean. Ich hab lag. Ich kann gar nichts. Easy! Leute! Nein! Hä, wo ist denn der? Weiß ich nicht, aber es ist eigentlich... Oh mein Gott. Drauf da, drauf da, drauf da! Digga, ich hab nur Lags. Ich kann nichts machen in meinem Watt-Spiel. Komm, 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 komm! Gib die Ziel! Das wird ein gutes Duell. Okay, wenn du es schaffst, dann ist es krass. Ich meine, du hast auch sechs Cubes, also... Achtung, kommt ein Fake. Er ist in der Mitte. Er ist in der Mitte. Er ist in der Mitte. Er ist direkt nach vorne hier. Achtung! In den Busch. In den Busch ist er. Vor dir. Wir dürfen doch nicht so helfen, das ist ein bisschen unfair. Nein, der andere! Links! Der! Ja! ULT! ULT! Ah, okay, ja, ist gut. Ich will hier weg! Ich will hier weg! Nein! Oh! Nein! Okay, 1-1 Punkt geht an Sean. Hier geht Rosa und ich gehe Shelly. Okay, let's go! So, also alle Boxerin gegen eine Shelly jetzt, oder wie? Oh, Sean ist direkt bei mir! Shit! Oh, nein! Okay, wo bist du schon? Oh, ich seh's! Ich seh's! Ich komm zu dir! Ich geh dir wirklich weg um! Lass nicht zusammenhängen! Das wird ein Zweck-Ulten sonst, okay! Ja, ja, ja! Nein, nein! Wir dürfen Sean die Kisten nicht lassen! Das wäre dumm! Sekunde mal, kann ich nicht die Schaffung empfehlen? Oh, Jonas? Ganz schön aggressiv! Ah! Ja! Ich bin wieder gestorben! Nein! Aber du hast ihn! Ich bin tot! Ja, völlig! Gute Runde schon! Spannter Punkt für uns auf jeden Fall! Weiter geht's! Doppelter Ärger! Nein! Ich geh primo, ich geh B! Oh, das ist eine sauffele Kiste! Direkt Mitte! Direkt Mitte! Am besten noch, wenn es nur eine aufsammelt, oder? Kacke! Sean ist bei mir! Jonas nicht wieder sterben! It's time to start! Schnell! Jonas ist tot! Ich hab ihn! Ich hab ihn nicht einfach weg! Ja! Er sagt, das Video wird zu kurz und jetzt macht er direkt den Kiel! Ich mach einfach das Format kaputt, wird mir leid! Wir müssen irgendwie noch ein paar extra unglaublich machen! Und du gehst? Du! Grüne Schlucht war der! Okay, wir sind in der fünften Runde, oder? Wir haben aber noch eine extra 100, wenn man gesagt hat, oder? Ja! Ich hab dieses Smile! Sean, geh weg! Nein! Oh mein Gott! Jonas! Ja, ich weiß aber nicht, was ich machen soll! Ich kann halt nichts dagegen machen! Wobei Sean hat mich... Ja! Ja! Ich komm von der anderen Seite! Ja, ja, ja! Wo ist er? Wo ist er? Ah! Wir kriegen das in Zäune! Okay, der Ersten! Das war's, das war's, das war's! Oh je! Schluss ist das echt hässlich! Wir sollten zusammen agieren! In die Ecke mit ihm! In die Ecke! Wo seid ihr? Ah, da! Oh mein Gott! Hat er einen? Nein! Add mich gleich, add mich gleich! Add mich gleich! Nein, nein, nein! Oh, ich bin da! Oh, nee! Egal, komm! Das ist übel broken! Wir haben mehr Cubes jetzt, das wird es! Holy shit! Alter! Ihr macht das! So, zack! Dazu! Nein! Nein! Nicht zu hoch! Alter! What the fuck! Alter! Okay, jetzt ist es echt schwierig! Ich brauch ein paar Cubes! Nee, egal! Brauchst du nicht! Alles gut! Ich carry das! Nein, du bist du nicht! Nein! Ich bin tot! Nein! Jetzt pass auf! Jetzt mach ich das 1 gegen 1! Ich geh ihn weg! Hä, was soll ich jetzt machen gegen ihn? Gar nichts! Dich einfach töten lassen! Junge! Schaune! Er ist echt frech! Weil er siedelt ja unter die Attacke einfach immer durch! Schaune, du wirst, ich werde zu deinem schlimmsten Albtraum! Pass auf! Oh Gott! Ja! Oh! 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 Oh nein! Die Ult war übel schlecht! Die Ult war übel schlecht! Die Ult war so schlecht! Jonas, wow! Wie groß die schlechte Ult waren! Sie sind alle tot außer mir! Ich muss das gerade carry'n! Wo ist er denn? Rechts! Rechts! Hier und jetzt! Hey! Wusste ich doch, dass er rechts ist! Alles gut! Also ich würde es sagen, aber... Aber er kann chargen! Vergiss das nicht! Oh! Oh! Gott! Nein! Ja, stark Junge! Keine Chance! Oh mein Gott! Die da! Eye of Storm! Geht ihr mal Dynamike und ich gemortes! Bist du irgendwie mal bescheuert, dass ich die Broda nicht finde? Ja! 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 Sogar ich finde die schneller! Ich wollte gerade sagen, selbst kick die Fini! Das ist eigentlich so schwer auch! Leute! Letzte Runde! Doppelte Punktzahl! Wer jetzt gewinnt, kriegt zwei Punkte! Oh mein Gott! Ich habe gar keine Bock auf Sean jetzt, ne? Oh nein! Sean ist ja da! Wo ist der? Wo ist der? Es war ein so schlechtes Time-Grid von mir! Das hat bitte keiner gesehen! Okay! Sean ist da! Sean ist da! Sean kommt! Sean nähert sich! Oh mein Gott! Ei! Der Feind ist nah! Ich bin so schlecht! Du gehst so rein! Jonas! Ja, Stan! Was soll ich machen sollen? Die macht das schon zusammen! Jungs, mach den ruhigen! Alles gut! Alles gut! Pass auf! Nein! Nein! Hilfe! Oh mein Gott! Ihr schafft das schon? Keine Ahnung! Gut! Ihr habt Zimmern sechs Cubes! Gut! Was heißt hier wegen wir? Ihr seid doch zu dritt gestorben direkt! Zimmern! Nein! Ich sehe gar nichts! Alter! Stun ihn! Stun ihn! Ja! Hä? Das ist nicht! Wie kann man ihn gar nicht treffen? Wie kann man ihn gar nicht treffen? Junge, wie er nicht so spinnt wie Hoxhig! Also wenn jetzt Kitty gewinnt! Schau mal auf Ende jetzt! Mach den Stun! Mach das Gadget! Dann muss er damit treffen! Dann ist er gestunnt! Man muss sich bewegen! Kitty weiß nicht mehr was ein Gadget ist! Doch! Das ist ausgewählt! Ja! Nein! Ja! Oh! Treffer! Oh! Was eigentlich? Alter! Ich habe einmal mehr getroffen als Zimper! Ich habe einmal mehr getroffen als wir alle zusammen! Oder Jump war es irgendwie nicht so glaube ich! Oh! Schau mal! Jetzt habe ich gerade mal eine Ulti gemacht! Ah! Dann würde ich sagen! Glückwunsch an Sean zum heutigen Gesamtsieg! Sehr gute Brawlerwahl auf jeden Fall! Und wir machen vielen Dank fürs Zuschauen! Lasst gerne ein Abo da! Und schaut noch um 8 Stunden vorbei! Genau! Da sind weitere Videos verlinkt! Haut rein! Ciao! Ciao!